Ja, ein herzliches, paliges, schönes, tolles Willkommen zur nächsten Folge von Palworld, ihr Lieben. Ich bin hier in meinem Revier. Ich würde mal sagen, wir machen weiter auf der Leiter. Ich brauche nämlich ein paar Sachen noch. Und zwar möchte ich mal jetzt eine Enterhakenpistole machen. Da brauche ich noch Metallbarm. Ein Paldubbruchstück. Ja, ich hole noch schnell ein Paldubbruchstück. Ja, gleich ein paar mehr, aber egal. Weil ich ja eben diese Pistole möchte. Was die jetzt bringt, ich habe keine Ahnung, ich nehme sie mir einfach. Auf jeden Fall, Hunger hatte ich, ja. So, da hole ich mir erst ein paar Paldubbruchstücke. Es schadet nie, wenn ich die habe. Wunderbar, machen wir gleich mehrere, weil wir schon dabei sind. So, wunderbar. Leute, und dann nehme ich mir die Enterhakenpistole. Keine Ahnung, vielleicht kann man da wirklich von einer Ecke zur nächsten. Keine Ahnung. Das ist allerdings die letzte Folge in der Session. Ist einfach so. Ja, habe gerade aktuell jetzt nicht mehr mittlerweile, wenn die Folge draußen ist. Aber ich hatte zum Aufnahmezeitpunkt eben Urlaub eine Woche. Da habe ich mir halt vorgenommen, dass ich mir da die Zeit nehme für mich selber. Und let's play. Passiert das sonst eigentlich nicht wirklich. In der Woche geht es sowieso nicht, wegen Arbeit. Und dann an Wochenenden halt. Aber auch nicht immer. So, wo haben wir da... Sag mal, gibt es da keine Paldubbruchstücke mehr? Gibt es doch nicht! Ist ja egal jetzt. Eikideiki, rennt mir nach! Ist das nicht schön? Wunderbar, Leute. So. Ja, es gibt halt da momentan keine mehr Stellen mehr. Da unten. Nö, will ich nicht. So. Ihr Lieben. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt... Ähm... Die... Enterhackenpistole an den Start gehen. Geben. Bringen. Tun. Ich kann auch... So. Rezept wählen. So, was brauche ich noch? Metallbank. Genau. So, ihr Lieben. Dann haben wir das. Jupp. Wir haben es. Na bitte. Ah, und jetzt können wir die bauen. Die Enterhackenpistole einmal... Was? Hallo? Hallo? Bauen. Einmal bauen, bitte. Ja, dann habe ich es halt zumindest. Vielleicht ist die einmal nützlich. Ich habe keine Ahnung. Ich halte... Ich weiß nicht. Ich persönlich halte eher weniger von so Enterhackenpistolen. Schon alleine wegen dem Spiel entsproudet. Da hat man auch so einen Enterhacken. Das bringt sich fast gar nichts her, weil es nirgends Stellen gibt, wo du hinkannst. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. I don't know, Leute. So. Ähm... Päuschen, Päuschen. Munter, munter, munter. Sehr gut. Ah, Stufe 18. Ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir noch, was wir so bauen können, bauen müssen, bauen tun. Dann wird die Reise weitergehen. Aber ich werde, glaube ich, die Folge dann vielleicht nicht mehr reisen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie es jetzt vorangeht. Zack, Dankeschön. Enterhackenpistole. Wie kann ich mir denn die ausrüsten? Ah, okay. Enterhackenpistole. Da kann ich aber nur einen Knüppel weggeben. Also ich finde, man hat da zu wenig. Ich weiß nicht, also... Einen Knüppel werde ich mir auf jeden Fall lassen. Ich habe die Enterhackenpistole. Na, krass. Ich schaue da mal. Ich schaue da mal. Zack. Wop. Okay. Okay, zielen. Hä? Ah. Jetzt geht's. Also es hat Pause. Okay. Abklingzeit 10 Sekunden. Okay. Ja, keine Ahnung. So. Wie läuft denn hier die Produktionen? Holz läuft immer gut. Steine überhaupt nicht gut. Da auch nicht. Ich weiß nicht. Ich brauche einen fleißigen Parler mal. Da wird zwar immer wieder so ein bisschen gearbeitet, aber... Ein einziger Erz im Moment. Komm. Mit seiner Pranken baut er das da ab. Du bist zu klein dafür. Keine Ahnung, Leute. Also ich werde mal meinen Eikideiki holen. So, ihr Lieben. Was kann ich eigentlich noch bauen? Mühle habe ich. Mittelaltige. Zerkleinerer Steinbruch. Holzfäderleurer Palus. Hochwertige Werkbank. Habe ich ja auch schon. Palentsafter. Metallbahn. Paliumbruchstücken. Nö, ich weiß nicht. Metallwandregal. Kochtopf. Weizenfeld. Bergen. Futterdruck. Ich schaue, was ich da alles noch habe. Feuerheizung. Also, dass die Umgebung ein bisschen wärmer wird. Ein gemauerter Kamin. Der ist cool. Könnte ich mal da reinstellen. Einfach so, der hält warm, Leute. Der gemauerter Kamin. Stellen wir mal da her, damit es ein bisschen schöner aussieht. Wenn wir in meinem Haus ein bisschen einrichten. Schaut mal. Schaut mal. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Ist der erst angezündet? So. Schaut mal. Genau. Wunderbar. Ist der erst angezündet? Kamin. 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 Holzsäule. Schau. Steinfundamente können wir da machen, Leute. Schau. Da haben wir ja auch wieder neu. Kamin. Und Möbel. Und Möbel. Ja. Gut. Also, da haben wir jetzt nichts besonderes mehr. So. Wie schaut es mit Technologien aus? Haben wir noch irgendwelche Punkte dabei? Eiskühler Teppichset. Ja. Kann ich auch machen, damit ich ein schönes Teppichset habe. Aber mehr geht eh nicht mehr. Pängulett-Panzerfaust. EFZ-Holz-Schutzwand. Megaschip. Nö. Feuerpfeil-Armbrust. 280 Eingriff. Boah. Also, ich würde mal sagen. Den nehme ich. Dann kann ich das endlich herstellen. Geil. Schaukäfig. Ich habe keine Ahnung. Univolt-Sattel hätten wir da. Schilett-Sattel. Übrigens dann Metall. Armbrust. Wir haben Feuerpfeil-Armbrust zum Beispiel, nehme ich. Brauchen wir nur noch ein paar Metallbahnen und ein paar Steine. Also einige Steine. Und Pfeile. Dafür werden wahrscheinlich automatisch dabei sein. Feuerpfeile wahrscheinlich einfach noch. Nein, das ist ja Bolzen. Armbrust ist ja immer Bolzen, Leute. Da. Metallbahnen. Sind die fertig? Warum? Achso, fünf Stück. Passt. Schau da mal. Was ist das da? Simpler Schlossknacker. Hey, den kann ich überhaupt Metallbahnen? Pfff. Ball der Bruststück. Nö, will ich nicht. Äh. Wo haben wir die Armbrust? Da. Feuerpfeiler-Armbrust. Steine und Metallbahnen brauche ich. Zack. Äh. Genau. Da haben wir nämlich die Feuerpfeiler am Brust. Metallbahnen und Steine. Brauche ich noch. Wird da fleißig gebaut, Leute? Oder nicht? Arsch. Mein Arsch. Schlaf dein. Pss. Hat der das? Ah, der hat das irgendwo reingetan. Hast du das Erz da reingegeben? Was ist das, der Pellanoa Steinschubbe? Pfff. Pfff. Warte. Also habe ich mir das genommen? Warum ist da Null? Da war ja eins vorher. Leute! Bin ich schon ganz doof oder was? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall. Äh. Kann man da wieder ordentlich. Braten. Also irgendwer sollte da braten. Also das mit dem... Ich weiß nicht. Also... Mit den Erzfördern. Ich weiß. Ich habe glaube ich zu wenige Pals. Die das halt ordentlich machen. Die fleißig genug sind. Ähm. Oh, schau da mal der Fudler. Götzig ein Päuschen. Wahnsinn. Mehr Kraft. Was hat er? Mehr Kraft als Verstand. Selbstzerstörerisch. Du bist selbstzerstörerisch. Wahnsinn. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, jetzt wird es dunkel. Nö. Nö. Für diese Feuerpfeilarm... Für diesen Feuerpfeil... Für diese Feuerpfeilarmbrust... Brauche ich Steine? Kein Problem. Aber Metallbarren. Ich bin gut geleert. Das passt. Ja, Leute. Dann ganz kurz noch. Ich weiß. Folgen über Folgen. Aber es ist halt nun mal... So... Na. Das ist das Spiel halt. Ich komme momentan nicht wirklich schon Folgen über Folgen. Sehr viele Folgen momentan schon. Nicht vom Fleck. Aber... Bisschen was habe ich ja doch weitergebracht. Bringt sich momentan zwar nicht viel. Der Förderer fördert dich. Also arbeitet kein Partner. Ordentlich. Zu Genüge. Der Enterhackenpistole, die ich gebastelt habe... Nö. Auch nicht. Die brauche ich momentan halt nicht. Aber zumindestens... Steige ich auf immer weiter Level auf. Das ist cool. Ich brauche Er... Wie viel Erze habe ich jetzt? Ja, das reicht. Das reicht einmal. Brauche ich jetzt nicht spazieren gehen schon wieder. So. Leute. Und dann würde ich einmal sagen... Verarbeiten wir das zum Barren. Es sollte vielleicht doch... Zack. Barren. Dankeschön, Flami. Sehr lieb. So. Es sollte vielleicht doch zwei Foxparks... Oder zwei Flammentiere. Warte mal. Habe ich da drin eigentlich einen? Nö. Der... Wo ist der Fox... Der Foxpark ist ja normalerweise einer, der... Der flammt. Flammt. Es gibt keinen, der brät. Nur einen einzigen in meinem Lager hier drüben. Shit, Leute. Nö. Also ein einziger nur. Das heißt, ich brauche einen Feuerball. Habe ich da drüben einen? Ich muss doch ganz kurz rüberschauen. Ich habe einen gefangen, glaube ich. Ich habe einen gefangen. Ja, der arbeitet hier drüben, ne. Der arbeitet da drüben. Da ist ein... Da sind zwei Flammenparks. Schauen wir mal, ne. Wer flammt alles? Der Foxparks und der... Fox... Foxy, du kommst mit. Du kommst ganz kurz mal mit. Gut. Es reicht. Wenn einer das da drüben macht, weil da... Da habe ich viel mehr Produktionen am Laufen. So. Dieser Foxparks kommt da hier. Super. Na bitte. Ja. So. Das heißt, wir haben jetzt doppelte Feuerkraft. Doppelte Feuerkraft. Geil. So. Passt. Super. Dann haben wir das. Wir brauchen noch Steine. Ordentlich Steine. Die werden nicht... Das gibt es wirklich nicht. Zu wenig Ste... Leute, da drüben habe ich genug Steine. Aber es ist schon wieder dunkel, Leute. Ich hole mir es trotzdem. Im Finstern. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Im Dunkeln ist guter Funkeln. Deshalb will ich schunkeln. Und mein Kopf wird funkeln. Das hat es gebraucht. Na so, Leute. Ähm... Steine, genau. Steine... Da habe ich jetzt, glaube ich... Was ich weiß, genug drin. Ja, schaut einmal. Zack. Ja, genau. Jetzt muss ich da rüber wandern. Wahnsinn, wie schnell ich da immer voll bin, Leute. So, lange dauert die Folge auch nicht mehr. Dann ist sie ja wieder vorbei. Ja, jetzt muss ich halt da rüber schleichen. Aber ich habe zumindest dann meine... ähm... meinen... meine Armbrust, die viel mehr Schaden macht. So. Wunderbar. Dann haben wir das einmal. Es ist 11 Uhr. Also vormittags. Real life. So. Ähm... Ja. Leute, was? Irgendwas hat der Controller. Irgendwas stoppt. Das ist schon wieder so ein Bug. Das war einmal schon. Dann haben sie es gefixt gehabt. Das ist wieder so. Es gab ein Update. In dem Spiel. Ähm... Ja. Schauen wir mal. Ich hab... Ich merke da nie was. Ich bin noch nicht so weit, dass ich da gewisse Sachen merke, was anders ist und so. Obwohl ich schon einige Folgen jetzt am Buckel habe hier auf meinem Kanal. Also... So, was wollte ich jetzt? Ah. So. Jetzt kann ich es machen. Na bitte! Das müsste normalerweise ausgehen, oder? Ja. Super. Passt. Na bitte, Leute! Genau! Ich verstehe es nicht. Immer dieses schnelle Dunkelwerden. Echt jetzt. Jetzt kann ich immer an meiner Armbrust weiterbauen. Das ist absolut der Wahnsinn. Ja, weil es kalt wird deshalb. So, Leute. Jetzt mache ich in meiner Armbrust weiter. Feuerballanbrust! Wunderbar, Leute! Das heißt, jetzt habe ich eine Armbrust. Was komisch ist, ja? Da steht Feuerpfeilarmbrust. Das ist mir gerade aufgefallen. Feuerpfeilarmbrust. Das heißt ja eigentlich, normalerweise bei Armbrüste... Armbrüste. Er hat Brüste gesagt. Ja, was ist die Mehrzahl von Armbrust? Entschuldigung. Armbrüste. Die Feuerpfeilarmbrüste sind ja normalerweise mit Bolzen. Aber diese dürften mit Pfeile sein, weil sonst würde es nicht Feuerpfeilarmbrust heißen. Keine Ahnung. Eine exklusive Waffe nur in Talburg. Feuerpfeilarmbrust, weil ich habe einige Feuerpfeile nämlich. Das heißt, Feuerpfeile herstellen wir... Warte mal, wie viele Feuerpfeile habe ich? Wunderbar, jetzt habe ich eine Feuerpfeile am Brust. Die werde ich dann gleich rausrüsten. Wunderbar. So. Munition, Feuerpfeile. Hol' ich mir gleich. Das heißt, Bogen werde ich mir lassen, werde ich aber weggeben. Weil Pfeile habe ich genug. Ich werde ihn nicht zerstören, Leute. Ich bin schon wieder voll da. Leute, wo soll ich noch alles hingeben? So, hier den Bogen rein. Beide Brustücke da rein. So, wo sind meine Feuerpfeile eigentlich hin? Irgendwo habe ich Feuerpfeile. Aber wo? Feuerbogen macht auch nicht viel Schaden nämlich. Den könnte ich komplett... Ah, nö. Damit Platz ist, werde ich den hier hergeben, dann werde ich den zerstören. Feuerbogen, ich habe die Feuer am Brust. Entsorgen, danke, tschüss. So. Ähm. Irgendwo habe ich Feuerpfeile drin. Ah, das ist... Wo habe ich meine Feuerpfeile hin? Da sind nur Eier drin. Da ist gar nichts drin. Und da sind Knochen drin. Die Knochen nehme ich mir gleich. Die brauche ich da nicht auf der Hand, denn die Knochen habe ich da drüben. Zack. Wo sind meine Feuerpfeile hin? Draußen wahrscheinlich. Leute, es ist Gesuche hier. Mein Magen knurrt. Wahnsinn. Leute. Kann ich hier Feuerpfeile drin? Nö. Ah, warum nicht? Wo habe ich Feuerpfeile? Ich habe doch irgendwo meine Feuerpfeile. Das weiß ich. Ich glaube, die habe ich verloren. Ich glaube, die habe ich verloren, Leute. Die Feuerpfeile. Weil... Ich habe mal alles verloren gehabt. Da hatte ich, glaube ich, auch die Feuerpfeile. Ja. Das ist schrecklich. Ja, da muss ich Feuerpfeile irgendwie herstellen. Äh... Wo sind die Feuerpfeile? Da. Ah, Feuerpfeile. Feuerdrüsen brauche ich. Ich habe nur eine Feuerdrüse. Leute, also, Entschuldigung. Ich muss sowieso... Aber die Folge sehe aus. Leute, so. In der nächsten Folge und Session werden wir ein bisschen jagen müssen, denn ich brauche neue, äh, für Feuerpfeile, Feuerdrüsen und weitere Sachen noch erledigen. Also, bleibt weiter dabei, wenn es weitergeht mit Palworld. Bis zum nächsten Mal geben wir über euer Horst, die Posti Knosti. Ciao. ... ... ... ...